hallo und herzlich willkommen ich bin euer playtube und begrüße euch zur dritten folge von minecraft new life ja ich war ein bisschen offline unterwegs und habe eisen und gold gefarmt und auch diamanten dass wir ein bisschen staff haben okay wir nehmen die kohle mit und die öfen beide öfen hier das zeichnet stecken okay die crafting table los mal so also wir waren letzte folge unten oder wir waren letzte folge den zweiten stock ausgebaut und es ist sogar tag hallo okay wir haben das haus den zweiten stock oben gebaut und oben das dach habe ich gestern in einem live stream fertig gebaut wer mal bei den live streams dabei sein möchte der schreibt einfach schaut einfach unten die video beschreibung rein da ist der link zu twitch also ja ich habe auch ein endermenge gekillt wir haben jetzt grumpy mit mit stony stony mit steinig und das ziel eigentlich heute aber sagt 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 so 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 und so level eins erfahren ist können wir platzieren noch mal so und so es lag gerade unermesslich und ich weiß nicht warum ok ich sehe das trinkt in einer kiste aber irgendwie lag zeit richtig gerade das server in der internet leitung ist es nicht weil ich habe einen gut okay ich habe einen hundert tag pink aber trotzdem die internet leitung kann es nicht sein okay ich will connect mal jetzt 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 wird es ein bisschen flüssiger okay was mich gerade nervt ist dass ich keine strings habe power 1 2 nein nein darf na guck mal wir alle keine strings haben aufnahme und ok hat sie schon erledigt meine hat etwas am server getan deswegen haben wir auch kurz internet oder eher server probleme gehabt was ich jetzt suche sind fischer wirst du schwimmen oder geht schwimmen erst doch doch was ist man nicht brauche fische das ist mein problem ja genau das geht euch das ok so geht's war war in die farmwelt okay zack wie ist das ein drecks band also sand probleme mit dieser welt hätten wir nicht ich habe nur ich brauche fische ich brauche eigentlich nur einen fisch und das ist der puffy oder der puffer fisch ich bräuchte puffy noch bis da unten die see ja geil ok doch kein drecks band so ich bin dass das THIS Vielen Dank. Hier sind leider keine Pufferfische unterwegs, aber normale Fische. Okay, wartet, ich frage mal nach. Fagen wir mal. Okay. 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 Dann haben wir halt so den Pufferfisch gekriegt. Dann gehen wir mal schnell haben. Wo ist er? Puffy. Aber du kommst da her. Wo ist mein Leder? Mein Leder. Puffy und Steine. Lederleder. Da. Und so. 3. Zwei. Und das Holz nochmal da. Und daraus machen wir mal ein paar Stäbe. So. Und. Gut. Äh. Fast zu wenig. Noch so. So. Perfekt. Drei Atom Frames. Zack. Und jetzt kommt das in mein oberen Stockwerk. Eingang. Unten hin. Wann Eingang? Ja. Wo ist mein Eisen? Krieg ich drei Blöcke damit zusammen? Ja. Nur zwei einmal. Einen Block noch. Einen Block noch. Äh. Ein Iron noch. Zwei Iron noch. So. Ups. In der Kiste. So. Und an. So. Vier. Genau so. Block. Zack. Und. Zack. Anvil. Hä? Nein. Nein. So. Puffy. Ein. Steini. Und. Klumpi. So. Perfekt. Wartet. Ich möchte was probieren. Na warte. Ah. Ich hab' jetzt falsch gemacht. Warte mal. So. Und so. Oder geht das nicht mehr? Es geht nicht mehr. Okay. Wurde gefixt. Super. Okay. Egal. Also. Wenn euch das nicht mehr ist. der Part gefallen hat. Dann lass doch ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Deiner neuen Folge. Und dann sage ich mal. Tschö mit euch. Ciao mit Frau. Servus.